ein DIY was eigentlich jeder buchliebhaber haben müsste wäre so ein schwebendes bücherregal das geht für wenige euro braucht einfach nur ein buch was sie nicht mehr lesen möchte so was könnt ihr euch eventuell bei einem bücherschrank holen und in einfachen winkel das befestigt ihr mit einem kleber den winkel mit einer schraube und dübel an die wand ein weiteres sehr einfaches DIY ist jetzt hier so ein topfuntersetzer besonders um deko tablet blumenuntersetzer ganz geht ganz einfach mit paar so einfachen easy sticks und bisschen holzleim und schon ist das ganze fertig hier ist ein weiteres sehr einfaches DIY von mir ich habe das regal hier die kleine bilderleiste aus drei leistenhölzern selber gemacht und angemalt inspiriert hat mich ein ikea regal das gab es aber nur in schwarz und weiß und da alle meine möbel braun sind musste ich es natürlich selber machen und obendrauf stehen meine puzzle bilder wo ich mit einfachen sperr bastelholz sozusagen ohne puzzle gemacht habe beides auch sehr einfache DIYs das nächste DIY ist wieder aus diesen easy sticks mit denen arbeite ich ja wahnsinnig gern weil man braucht halt nur easy sticks und etwas holzleim ist dieses schöne teil hier ein postkarten beziehungsweise menu halter ich verwende tatsächlich für postkarten und einfache bilder und auch ganz einfach nachzumachen aus vier easy sticks und etwas holzleim was ganz ähnliches wie die easy sticks habe ich hier mal aus lego bausteinen gebaut ist auch ein einfacher halter für eine postkarte warum aus lego ich hatte die einfach übrig die steinchen und habe gedacht wieso nicht da kann ich das auch passend auf das motiv drauf machen dass es bisschen schöner aussieht und falls ich nämlich braucht die steinchen einfach weg und hier ist ein weiteres sehr einfaches DIY ich habe hier einfach nur ein holzbrett genommen dafür löcher reingebohrt etwas seil gekauft beim baumarkt und zwei alte gardinenringe verwendet für meine wandhagen und schon kann ich auf meinem schreibtisch bisschen mehr platz haben weil die ganzen utensilien oben stehen eines meiner allerersten die er weiß was hier meine alten regale die wo man orange und rot waren aus meiner jugendzeit um zu lackieren man sieht ein bisschen ich habe hier paar nasen drin aber ich habe die einfach für meine eigene neue wohnung umgestaltet und habe die tauben blau dieses DIY ist für alle harry potter fans etwas dafür braucht ihr einfach einen eigenen spiegel einen flachen bisschen pappkarton in der farbe grau ein edding und einen schwarzen pappkarton und schon könnt ihr eure eigene zeitung machen ich glaube dieses DIY kann man erraten aus was ich das gemacht habe wieder meine lieben easy sticks und holzleim mehr ist es nicht nur dass man ein easy stick ein bisschen zersägen musste und schon hat man einen einfachen blumenhalter wenn ihr so eine nische haben solltet kann ich euch dieses DIY hier empfehlen da habe ich einfach eine stange genommen und so zwei schrankhalter habt ihr hingebohrt und schon ist meine einfache garderobe fertig und ich habe den raum hier genutzt und hier natürlich mein größtes DIY projekt wo ich bisschen gemüse hier auf meinem balkon anpflanzt